Der BRK Sind wir schon drauf? Natürlich sind wir schon drauf. Spontan eingefangen. Alex grüßt dich, macht einen super Job hier bei uns. Mein Name ist Maurice Trapp, ich bin 24 Jahre alt. Ich spiele seit dem Sommer für den Berliner AK und bin seit kurzem Captain geworden. Habe meine Jugend bei Union Berlin verbracht. Hatten ein paar andere Stationen, aber bin jetzt hier angekommen und sehr glücklich darüber. Hi, mein Name ist Lavia Corbinang, mein Spitzname ist Dante. Ich bin hier seit eineinhalb Jahren. Vorher war ich ein bisschen überall, aber Vancouver ist mein Heimatort. Ich habe Kindheit gemacht und bin jetzt in Berlin. Eineinhalb Jahre, wie gesagt. Ich glaube, es wird sehr schwer Karim zu ersetzen, weil er für uns eine sehr besondere Person war. Er hat uns viel abgenommen und war der Leader in unserer Mannschaft. Und es wird natürlich schwer, so eine Person zu ersetzen. Aber ich habe auch schon einiges erlebt und ich versuche halt, all meine Erfahrungen reinzubringen. Die Mannschaft auch zu führen und einfach ein bisschen in seine Fußstapfen hineinzuwachsen. Und hoffe, dass ich da einen guten Job machen kann und immer für die Jungs da bin. Und vor allem auf dem Platz dafür sorge, dass wir immer 100 Prozent geben. Also ich glaube, das ist für jeden Spieler unterschiedlich. Aber für mich persönlich ist es eher eine Ehre. Und ich muss sagen, sobald ich die Binde am Arm habe, fühle ich mich auch ein bisschen stärker und kann an die ganze Sache ein bisschen positiver rangehen. Also für mich ist es eher ein Druck, aber ein positiver Druck, der mich auch noch anspornt, noch mal mehr zu geben, vielleicht ein, zwei Prozent mehr zu geben als sonst. Ich bin richtig wohl hier mit diesen Leuten in dieser Mannschaft. Ich fühle mich richtig wohl. Ich habe schon in sieben, acht Bezirken gewohnt. Und ja, wenn du siehst, wie Berlin ist, wie... Ist es nicht vergleichbar mit den anderen oder was? Mit anderen Stimmen. Mit anderen Stimmen. Danke mal. Also... 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 Ja... Für mich... Berlin ist... Für mich ist... Berlin... Ja... Ist... Also im Vergleich mit Vancouver auch. Weil es gibt es viele Nationalitäten, so wie in Vancouver auch. Und deswegen ist es schneller integriert. Und... Ja... Ich kann es schon vorstellen, dass ich in Berlin bleibe. Weil... Ja... Ich mag hier gerne. Mit BRK und so. Fight and so fort. Also zum Thema Neuzugänge. Da haben wir schon den ersten hinter dir. Ähm... Der Azzar. Der ist eine absolute Katastrophe für mich. Ähm... Nein, Quatsch. Also... Die Spieler, die dazugekommen sind, sieht man schon in... In der kurzen Zeit, die die bei uns sind. Dass die enorme Qualität haben. Und uns auf jeden Fall weiterbringen. Und... Wie sie in die Mannschaft kommen, das ist bei uns glaube ich ziemlich leicht. Weil wir super Charaktere in der Mannschaft haben. Ähm... Alle fühlen sich wohl, wie Dante schon gesagt hat. Und wir versuchen auch... Auf die neuen Spieler positiv einzuwirken. Und ich glaube, die haben gar keine Probleme sich... Ähm... Leicht einzugliedern und Teil der Mannschaft zu sein. Und das ist für mich eine ganz klare Antwort. Und ich glaube für Dante auch. Für fast jeden in der Mannschaft. What? Für fast jeden in der Mannschaft. Für fast jeden in der Mannschaft. Für fast jeden in der Mannschaft, genau. Ähm... Wir wollen ganz klar aufsteigen. Wir wissen zwar, dass es schwer wird, weil es jetzt sieben Punkte sind. Aber wir haben in der Hinrunde glaube ich schon gesehen, wie schnell sieben Punkte schmelzen können. Zwickau hat da glaube ich schon mal neun Punkte vor. Und... Wir sind gut dabei. Wir trainieren hart. Und wir wollen auf jeden Fall... Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen und oben angreifen. Ganz klar für mich. Wir wollen auf jeden Fall nicht wegziehen. Vielen Dank.